Willkommen zurück zum Shadow Warrior und zum plüsternden Schiff. Dieses Ding hier. Wo wir mit Sicherheit drauf müssen. Aber wir folgen erstmal dem Weg nach unten. In den Bauch des Tankers. Uh, das ist ein Knöpfer. Oh, eine Bodyarmone. Open Sesame. Sesam, öffne dich. Ups, fast vergessen. Bei diesem Spiel nicht die Treppen runter sprinten. So, jeder kocht sein eigenes Süppchen. Wo geht's lang? Ah. Ich glaube, hier sind wir richtig. Wuhui! Das ist ein Mad Kit. Große Fläche. Viel Auslauf. Schickes Areal. Spannende Musik. Hier kommt doch einer. Oh, wer bist du denn? Du bist neu. Alles. Alles klar. Hinten. War. Vielleicht nicht die beste Waffe dafür. Ja, komm mal ran. Uh. Oh no. Der hat gepasst. Trinken wir noch einen. Uh. Hier ist es. Fuck. Hör mal ran. Das gibt dem auch die Schärme. Ja, komm. Das ist noch richtig gut ausgewichen. Na ja. Kann man noch besser treffen. Guck, guck. Da muss ja die Pfosten hier weghauen. Komm schon noch einen. Nein. Und Abstand halten. Naja. Noch einen. Wuppala. Okay. Der hat gepasst. Äh, hier hing noch irgendwo. Da. Ein Mad Kit. Ach, du ahnst es nicht. Noch eine Rue. Ich nehme erstmal deinen ganz Dick dahin. Den haben wir. Plop. Plop. Dürfchen aufmachen. Oh, sheesh. Ach, da ist hier so ein Medizimann dabei. Weg da. Jetzt Papa aufs Vorhand nehmen. Lass das Schild weg. Ja. Okay, laden nach. Los, nachladen. Musst du treffen. So. Und jetzt kommt ihr Kleiner. Höp, höp. Höp. Weg da. Braucht die Seele von einem Kollegen. So, was ist denn effizient gegen diese Schildträger? Machen wir nochmal hier. Nähmchen. Ach nee, jawohl. Geht mir, oder? Hoppla. Okay. Na, ein bisschen Slalom laufen. Die haben wir auch weg. Juhu. Dann ziehst du rüber. Es gibt ja nichts zu sehen. Das Schiff ist immer so am Flusslandern. Wieso, das Swin ist explodiert? Aha. Dicke Detonationswelle. Durch Stahl und Beton. Ach, hier auch. Sonst irgendwas? Ein bisschen Rockets, ein bisschen Shotgun-Shells. So. Alle Knarren nachladen. Merker Zoom. Gut. Ich glaube, wir haben alles geplündert. Richtig? Fregig. So, dann mal runter mit dem Schiff. Beziehungsweise. Ja, genau. Mit dem Auto. Was ist hier? Die ist schon wieder. Oh, schick. Oh, schick. Oh, was ist passiert? Die zwei Katanas sind verschmolzen. Entschuldigung. Entschuldigung. Ob das so richtig ist? Das ist die Danks, ich bekomme. Nachdem, die Zing und zu retten. Enra. Ich verdammt, zumindest ein Glimpse von dir, Frau. Aber nein. Du bist viel zu wert. Als wir den Hoji konfrontieren und sehen seine Invention haben, ich nicht verstehe Engra. Engra verabschiede Hoji. Jetzt weiß ich, was ihn ihn verabschied hat. Ein Gollum kommuner, mit dem Gesicht einer Deirdie. Eine Heilige Bildung, in Klee. Nichts, ohne dich, der Welt beginnt zu sterben. Ansonsten habe ich die Armour gemacht von meinem Bruder verabschieden. Und wartet. Engra sagt, dass ein von uns, dass du zerstörst. Dass du wunderschönst. Und das Schmerzeste von Ritualien braucht die ultimative Weapon. Und das Schmerzeste von Ritualien wird. Wer wird das Schmerzeste von Ritualien in dieser Welt gebracht? Schmerzeste von Ritualien sind durch sie? Durch die Blasphemie von Hoji? Ein Mensch ohne Säu? Es scheint, dass dein kleiner Konkurier gefunden hat seinen Ziel. Und der Preis, den ich muss, um dich zu vergessen, um dich zu vergessen zu vergessen? Es ist kein Preis. Also schau gut, Frau Schüttel. Und schau deine precious Tears. Heaven knows. You'll meet them sooner. Tata, Level fertig. Wer ist noch nicht der Erzähler von diesen Zwischensequenzen? Der Endgegner? Naja, mal schauen. So, wann haben wir? Boah, eine Stunde verbraucht. 70% Gold. Den Keykristall gefunden. Ja klar, aber offensichtlich. 12% Karma ist gut. Secrets 3 von 8. Naja, 20% Karma Bonus. 326 von 500. Ja, pendelt sich da ein. Im Schnitt von einer Mission. Naja. F-Tutorial-Flashlight. Ja, später. Kapitel 11. Just like a maggot shit. Wie eine Made, die es tun sollte. Oder so. Oh, mein Gott. Das war... ...interessant. What the fuck, Hoji? You're one of the ancients? Why didn't you tell me? You created the Whisperers. Hold on there now. No need to be an accusatory Adam. I invented those things. But as far as I know, I only made one. Enro made his own later. I'm not responsible for my brother's action. Your brother? They're, um... All these ancients. They're all my brothers. There wasn't a good time to bring it up. Why did you create these Whisper things? That's the brilliant trick I played on myself. The memory of why I did it is locked inside the Whisperer I made. It's really quite clever. Sure. Genius. Hey, we all make mistakes, okay? I crippled my memories. You worked for a sociopath megalomaniac who sold the human race up the river. Can we call him even? I need to get to Zilla. And I don't think I can do it without you. But you try anything, and I will stab this goddamn sword through your heart. I appreciate you being direct. Take a freaking lesson. Being direct makes me castle. Just, just shut up for a minute, okay? Okay. He's trying to awaken the girl. I could give a shit what he wants. You fuck with my realm? You fuck with me. Defeate Mesu. Okay, wo sind wir hier gelandet? St. Bochum, Bergbau? Hm. So. Erklemmen wir erstmal die Stufen. Um. Mesu. Um zu legen. Mit dem Schicken mein Schwertchen. Cha-ching! Okay, wir legen mal ein bisschen den Turbo ein hier. Holy pieces of sacks of shit! What is this? The outer gates. Mesu was charged with guarding them. Against what? Hell if I don't. I don't think even Mesu knows. Enders orders. Yes sir, no sir, three bags full sir. Exactly. Yeah, Humor ist schon wirklich ziemlich lustig in diesem Spiel. Schicke Tore haben die gebaut. Aber das ist ein bisschen kleiner ausfallen können, ne? Kostet aber bestimmt viel. Ah, okay. Die zweite Plattform. There he is. There he is. Let's do this. What do you expect? He's a guardian. Start opening the gate. That'll piss him off. Pick a seal. Whoa. Pick a seal. Pick a nose. haymk. Ten-tat. Wo würde das jetzt mal machen? Wisch 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 wisch. Konventionelle Waffen oder...? Open a seal, Loh-Wang. Force him to land. Huch. Ich bin dabei. Der weiße Balken nimmt ab. Ich weiß nicht, wie es richtig ist. Autsch. Ähm. Feuer? Uuh. Ich habe keine Lebensenergie. Kann das sein? Ah. So eine Brüstung glänzt. Vielleicht sollte man doch jemanden an den Knall annehmen. Irgendwann hat was schneller funktioniert. Die Projektile sind ziemlich lahmarschig. Ich war mein Körper. So. Stopp. Jetzt leuchtet nichts mehr. Okay, er hängt fest. Das war richtig, glaube ich. Autsch. Autsch. Schnell hochheilen. Danke. Okay. Wo ist du? Sie sind am Start. Schnell hin. Ist das richtig? Ich habe keine Ahnung. Ich muss übersehen. Ich muss übersehen. Da ist aber nichts zum Aktivieren, ne? Ja. Keine Ahnung. Gib mir einen Tipp, Junge. Muss ich ihn irgendwo treffen? Jetzt ist es jetzt langsam. Merkwürdig. Na, komm schon. Und jetzt? Können wir den Siegel öffnen oder so? Ich habe keine Ahnung. Ja, das hat doch mal gar nicht weh getan. So. Ja, wo zeigst du denn hin? Wir können den ganzen Tag so weitermachen. Du machst keinen Sinn, Bro. Ich schieße jetzt immer mal die Rüstung hier. Vielleicht kommen wir voran. Ich glaube nicht. Hier. Neun. 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 Noch einen. Ich werde da umbauen. Alles klar. Okay. Man sollte einfach nur bei der Richtung hinziehen. Auf die Kristalle. Wo ist er? Auf der Seite? Ja, okay. Phase 1. Ahem. Wo ist er? Da ist er. Schicke Buchs. Ja. Schön machst du das. Artillerie. Mal kurz gucken. Ach so. Alles klar. Wir müssen wieder ein Siegel öffnen. Okay. Wir müssen wieder ein Siegel öffnen. Wir müssen die Ferry. Nice Good, wieder auf die Liste Same procedure Komm schon Komm schon Die wird voll wieder keine Lebensenergie Ai, ai, ai Der haut zu Ach, wir können hier nur von der anderen Seite dran, ne? Ach So Eintreff einmal hin Du bist Lästig Da treffen wir den nicht Boy Du bist ein ganz, ganz, ganz blöder Boss Du bist total lov Du bist echt nervig So, komm Ja, zeig noch ein bisschen mit der Faust auf mich Dann hilft's ja Ach Gott Äh Ja, ist offen, ne, jetzt So Wer hat gesessen Ah, komm, einen können wir sogar noch So, nicht Mario Mario Halt still Nicht bewegen Oh, nein Oh, kleine Nee, ich bin sehr Ja, ich bin sehr Ja, ich bin sehr Komm schon! Komm schon! Ich bin hier zurück! Work auf diese Seals, mein Mann! Pressure! Wir sind hier. Munition. Crossbow. Okay. So, dann machen wir die Siegel wieder auf. Bra! Ah, ne. Fuck! Leckofunny! Wirklich? Ganze nochmal! Das war nicht interessant. Das war beknackt. So. Ah, super Boss! Komm, lau ein bisschen schneller hier. So. Das war ein bisschen schneller. Das war's. Das war's. Das war's. Dezuh hat sie für sie. Was für was? Wenn ich weiß, dann weiß ich nicht. Ich glaube, dass nicht Dezuh der wissen. Und siehren. Ja, nicht, nein, so, drei pferden voll, so. Genau. Ja, da steht er, ne? Ne, kleiner Hosenscheißer. So. Hier ist finito. Im nächsten Teil reißen wir diesen Viech richtig gepflegt die Flügel aus. Ihr wisst schon, was ich meine. Bis dahin, macht's gut. Und versuch diesen Boss mal. Der ist echt einfach. Macht's gut. Und tschüss!